Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit Psalm 111, Vers 2. Mir erzählte kürzlich jemand von seinem eher engen christlichen Elternhaus, wo es hieß, man sollte keine Fragen stellen. Man sollte Gott nicht hinterfragen, man sollte am besten gar nicht nachfragen, sondern einfach so akzeptieren, wie es eben ist. Und der Psalmbeter würde sagen, nein, nein, schau doch, wie groß es ist, schau, was er für wunderbare Dinge gemacht hat. Und erforschen heißt ja, ich frage nach, heißt ja, ich suche, heißt ja, ich versuche besser zu verstehen. Auf dem Weg wirst du merken, manche Frage ist vielleicht zielführender als andere Fragen. Warum hat Gott das so gemacht und nicht anders? Auf diese Fragen gibt es selten eine gescheite Antwort, weil Gott sich so nicht in die Karten schauen lässt. Aber zu erkunden, was hat er für wunderbare Dinge getan, in seiner Schöpfung. Ich denke an meine naturwissenschaftlich orientierten Freunde. Ich habe schon in Schulzeiten da meine Mühe gehabt, da einzusteigen. Aber ich freue mich mit der Begeisterung von Leuten, die forschen und Neues entdecken. Du kannst Fragen stellen, du kannst suchen, du kannst auch die Werke Gottes in der Erlösung, in seiner Geschichte mit den Menschen erforschen. Und darüber immer wieder neu ins Staunen kommen. Und da kommen wir dann wieder an neue Fragen, die wir nicht beantworten können. Weil wir wieder merken, wie groß Gott ist, wie klein wir sind. Und wir entdecken auch Dinge, über die wir uns freuen können. Und immer führt uns das in die Anbetung. Immer gibt es Gott die Ehre, der es so wunderbar geordnet hat. Im nächsten Vers heißt es, was er tut, das ist herrlich und prächtig. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Ich lade dich ein, so zu forschen, zu erkunden, wie Gott ist, was er tut und ihn darüber zu preisen. Und Herr, wir loben dich als den großen Schöpfer, wir loben dich als unseren Erlöser. Wir loben dich als den, der diese ganze Welt in seiner Hand hält und sie geschaffen hat und sie erhält und sie erneuern wird. Und wir preisen dich, weil deine Werke so groß sind. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen. Zum Abschluss noch etwas in eigener Sache. Ich habe ein bisschen Urlaub vor mir. Ich werde die Werke Gottes erforschen, nicht wissenschaftlich, aber indem ich ein bisschen was von Gottes Schöpfung erwandern werde im Urlaub. Und da freue ich mich drauf. Und deshalb werde ich in den nächsten zwei Wochen jetzt das erste Mal seit März Pause machen bei Morgenmut. Und ich lade dich ein, in den Archiven nachzugucken, in unserer Playlist alte Videos dir anzuschauen und noch besser selber loszuziehen und die Werke des Herrn zu erforschen. Und du wirst Freude daran haben. Alles Gute. Gott segne dich. Und wir sehen uns hoffentlich wieder, wenn du willst, am Mitte Oktober. Dann geht es hier weiter.